So, heute Nachmittag also das Thema Sexualität. Ich fange mal an mit einer Bibelstelle, 219, Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Das ist also die spannende Frage in der Sexualität, wie auch in allen anderen Lebensbereichen. Wie kann ein junger Mensch sein Herz bewahren und sich reinhalten vor Gott? Indem er auf dem Weg Gottes bleibt und sich an seinem Wort hält. Also muss man wissen, was im Wort Gottes steht. Man muss wissen, was Gottes Ideen von den Dingen sind des Lebens. Ich bin nun kein Experte in allen Fragen von Sexualität, aber ich habe mich aus dem Weg gemacht, nach Gottes Idee von Sexualität zu fragen und danach zu fragen, was steckt denn eigentlich hinter dem Ganzen? Daraus ist dann ein erstes Buch entstanden, das ich natürlich zusammen mit einer Frau geschrieben habe, Sandy Hoffmann aus Kassel von Blümchen und explodierenden Bienenmännern, Gottes Ideen von Sexualität. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wussten, aber die Bienenkönigin, wenn sie auf Hochzeitsflug ist, in 15 Metern Höhe, wird sie von den ganzen Bienenmännern verfolgt. Die stechen sich erst so gegenseitig aus. Und wenn der Bienenmann es geschafft hat, an die Königin ranzukommen, dann schläft er mit ihr in 15 Meter Höhe, mitten im Flug. Und wenn er zum Orgasmus kommt, dann explodiert er. Ha, ha, ha. Ja, und sein Penis bleibt in der Königin stecken, damit kein anderer mehr rankommt. Da freut man sich doch, dass man ein Mensch ist. Und dass diese Idee von Sexualität nicht für uns gilt, das gilt nur für Bienenmännern. Deswegen haben wir das so genannt, man hört ja immer so in Aufklärungsgeschichten immer, ja, von den Bienchen und Blümchen, ja. Das ist die böse Wahrheit über Bienchen und Blümchen. Na, das haben wir für Jugendliche geschrieben. Und dann haben wir ein zweites geschrieben für Eltern, Jugendleiter und für alle, die es wissen wollen, ja. Das ist mehr so ein erwachsenes Buch über Sexualität, Jugendsexualität, auch wie man mit Jugendlichen ins Gespräch kommen kann. Das ist dann dieses Zweite, was ich ja da auslegen habe, für drei Euro. Das könnt ihr entweder einfach da hinlegen oder mir geben oder so. Aber nehmt es mit, ein günstiger Preis. So, da kommt also die Frage auf, wie läuft das denn nun mit dem Sex in unseren Jugendarbeiten, auch in unseren Camps oder so weiter. Und darum wollen wir uns jetzt in dieser Einheit mal kümmern und etwas genauer hinschauen. Und dabei will ich euch keine fertigen Rezepte und Anweisungen geben. So, bis zum Pulli ist okay, aber Zentimeter drüber ist schon vorbei. So, nach dem Motto, das darfst du und das darfst du nicht. Weil ich überzeugt davon bin, dass das nicht hilfreich ist. Dass alle Sachen, wo wir ganz genau sagen, Zentimeter für Zentimeter, das entmündigt den Menschen. Ein reifer Christ wird man nur, wenn man selber herausfindet, was Gott dazu meint. Und in unserer Jugendkirche sind die Jugendlichen immer zu mir gekommen und haben gefragt, ja, dürfen wir die und die Musik hören und welche Musik dürfen wir nicht hören? Sag ich, weiß ich's, habt ihr eine Gottesbeziehung, fragt selber euren Herrn. Ihr müsst nur jederzeit in der Lage sein, mir zu erklären, warum die Musik, die ihr hört, nicht gegen Jesus gerichtet ist. Das heißt also, sie sollten sich mit der Musik auseinandersetzen, mit denen, die das machen. Und genauso ist es in den anderen Lebensbereichen auch. Ein mündiger Christ, ein reifer Christ wird man nur, wenn man selber mit Gott ins Gespräch geht und ihn fragt, was er über all die Sachen denkt und was er davon hält. Ja, genauso wie zum Beispiel bei einem Spiel. Bei einem Spiel wird dir auch nicht zuerst erklärt, was du alles nicht darfst. Sondern es fängt damit an, du packst das Spiel aus und dann wird dir erst einmal gesagt, was alles in der Schachtel drin ist. Und das legst dann alles aus und guckst, ob auch alles da ist. Andernfalls musst du es umtauschen. Und dann als zweites wird dir gesagt, was das Ziel des Spiels ist. Und dann erst kommen die ganzen Regeln. Und das Ziel beim Sex ist, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, so viel Lebensenergie wie nur möglich freizusetzen. Und nochmal im Bild des Spiels, wer beim Spiel immer gleich Cheats einsetzt und betrügt, der beraubt sich des ganzen Spielspaßes. Also wenn du ein neues Computerspiel hast und sofort im Bockmodus anfängst, dann hast du keinen Spaß. Weil der ganze Kitzel ist weg. Die Frage ist eben nicht, wie viel darf ich machen, um gerade noch so ohne Strafe davon zu kommen. Das ist nicht die Frage im Christentum. Obwohl uns das Politiker und Manager auch immer vorlegen, wie viel kann ich gerade so machen, dass ich noch so durchkomme. Das ist bei Jesus nicht die Frage. Jesus ist anders. Jesus will uns ein herrliches Bild von der Welt vor Augen malen und uns sagen, wozu das alles gemacht ist. Und so auch in der Sexualität. Und deswegen ist es gut, miteinander ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Kann man in der Jugendgruppe fragen, wer von euch ist denn schon aufgeklärt worden? Gute Einschiebsfrage, alles kichert, alles lacht. Dann fragt man gut, wer hat euch denn schon mal aufgeklärt? Gemeinde, Schule, Eltern, dass man schon mal so weiß, woher kommt das? Und dann die spannende Frage, wie oft seid ihr aufgeklärt worden? Also ich bin in der Schule glaube ich fünf oder sechs Mal aufgeklärt worden. Immer wenn denen nichts einfällt, dann haben sie gesagt, wir machen mal wieder Sexualität. Das lief dann immer so ab, vorne gab es dann so Grafiken und hinten unter der Bank liefen dann die Magazine von den Eltern und Geschwistern herum. Und dann die wichtige Frage, wer von euch, der jetzt schon sechs Mal aufgeklärt worden ist, wer von euch hat denn das Gefühl, er weiß Bescheid? Und dann fragt man vielleicht mal, wer von den Jungs hat sich denn schon mal seinen Penis angeschaut, ihn gesegnet und Gott dafür gedankt? Und wer von den Mädchen hat sich denn schon mal ihre Vagina angeschaut, sie gesegnet und Gott dafür gedankt? Und dann ist man nämlich schon mitten im Thema, dass man nämlich merkt, ich weiß also doch gar nicht so genau Bescheid, sowas habe ich ja noch nie gemacht. Oder wer von den Jungs hat sich denn schon mal ein Foto oder eine Grafik von einer Vagina angeschaut und Gott dafür gedankt, dass er Vaginas wunderbar gemacht hat? Und wer hat Gott gefragt, wie sie funktionieren? Und wer hat zum Beispiel seine Eltern oder seinen Pastor mal dazu gefragt, wie das alles funktioniert? Ja, das ist alles so ein Thema, das wird so im Halbdunkeln gehalten. Wir wollen immer so versuchen, das möglichst unter den Tisch zu kehren, aber wir bringen es nicht ans Tageslicht. Und im Dunkeln, da ist immer gut munkeln. Da können sich alle möglichen zerstörerischen Kräfte entfalten. Aber im Hellen, im Licht Gottes, da kann sich nichts Dunkels mehr halten. Und umgekehrt dann natürlich auch die Mädchen, wer hat denn schon mal für Gott gedankt dafür, dass Penisse wunderbar gemacht sind und Gott gefragt, wie sie funktionieren und so. Da kommt man nämlich schon in den Gedanken rein, ach so, das geht nicht einfach so und nicht jeder weiß es irgendwie, jeder muss es über sich ergehen lassen, sondern da steht noch mehr dahinter. Und man kann mit Gott darüber reden. Das ist ja super. Wenn man nämlich mit Gott darüber reden kann, dann ist er plötzlich auch im Thema drin. Und dann kann er auch wirken. Wenn er nicht im Thema drin ist und man mit Gott nicht über Sexualität, Penisse und Vagina spricht, dann ist er draußen vor. Und dann kann er auch nicht wirkend eingreifen, segnend, heilend. Meine Grundthese heißt, man kann sich nur vor etwas schützen, das man kennt. Ansonsten trifft es einen immer unvorbereitet. Man muss hinter die Dinge schauen und verstehen. Und das ist die Frage, welches Bild von Sexualität wird den Jugendlichen denn gezeigt? Die Gemeinde sagt, das ist was ganz Heiliges, was Schwieriges, Geheimnisvolles, da kann man nicht drüber reden, das ist nur für die Ehe bestimmt, also noch ganz weit weg. Das ist das, was sie oft in der Gemeinde hören. Die Öffentlichkeit dagegen sagt, super, es ist immer da, sofort verfügbar, jederzeit, es ist schön, es bereitet Durst, es macht ansonsten gar nichts mit dir und deiner Persönlichkeit, sondern du kannst es einfach mal so drauf losmachen und wenn du schwanger wirst, dann kannst du ja abtreiben. Sex gehört einfach zur zwischenmenschlichen Kommunikation dazu und ist fast so banal wie Händeschütteln. Und zwischen diesen beiden Extremen, bewegen sich jetzt unsere Jugendlichen. Solange sie mit uns zusammen sind, hören sie das eine, sobald sie den Raum verlassen, hören sie das andere. Also ist es wichtig zu fragen, welche Bilder habt ihr von Sexualität? Was ist denn eurer Meinung nach Sexualität? Und unsere erste Botschaft muss immer sein, Sexualität kommt von Gott. Das ist so geplant gewesen. Also kann man auch damit umgehen. Wenn Gott es geplant hat, dass Sexualität in der Welt ist, dann kann man auch damit umgehen. Denn Gott ist zwar allmächtig, aber er ist nicht alldoof. Gott schafft keine Steine, die so schwer sind, dass er sie nicht wegheben kann. Denn warum sollte er das tun? Das ist ja diese beliebte Frage. Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht wegheben kann. Da frage ich immer, warum sollte er das tun? Er ist allmächtig, aber nicht alldoof. Gott hat den Sex erfunden und darum gibt es übrigens auch nichts, was in irgendeiner Form mit Sexualität zu tun hat, was Gott fremd wäre und was er nicht verstehen könnte. Oder was so schlimm und eklig wäre, dass er es sich nicht anschauen könnte. Miteinander schlafen ist in ein Gesamtkonzept eingebunden, nach dem die ganze Welt geschaffen ist. Irgendwie funktioniert alles in dieser Welt nach dem Sexualitätsprinzip. Sexualität ist die grundlegendste Aufteilung der Schöpfung. Wenn man nur weiß, wo etwas hingehört und wie es aussieht, dann verringert sich auch die Gefahr, es anderweitig zu gebrauchen, es nicht schöpfungsgemäß zu verwenden. Und darum ein paar Worte zu Gottes Ideen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir gleich zu Beginn etwas äußerst Interessantes und Aufschlussreiches zu unserem Thema. 1. Mose 1, Vers 27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. So weit, so gut. Das ist uns allen hinlänglich bekannt. Und wenn wir gut drauf sind, dann glauben wir erst auch. Dass Menschen in unserer Stadt etwas von Gott erkennen können, wenn wir da gerade so durch die Gegend gehen. Jetzt ist es aber so, dass die Menschen nur einen Teilaspekt von Gott erkennen können, wenn sie mich als Mann dort in der Stadt herumgehen sehen. Und das liegt zunächst einmal nicht nur daran, dass ich durch meine eigene Sündhaftigkeit das Bild Gottes verdunkele. Es liegt daran, dass ich ein Mann bin. Und als Mann nur einen Teil von Gottes Bild ebenbildlich widerspiegle. Erst wenn ich mit einer Frau zusammen in der Stadt auftauche, dann könnten die Menschen den ganzen Gott zum Großteil sehen. Denn der Vers 1. Mose 1, Vers 27 geht noch weiter. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat uns als getrennte Wesen erschaffen. Und das lateinische Wort Sexus heißt tatsächlich zunächst einmal ganz einfach nur getrennt. Getrennt. Der erste Aspekt unserer Gottebenbildlichkeit, der in der Bibel genannt wird, ist also ein sexueller Aspekt. Ist unsere Geschlechtlichkeit. Und das ist doch verblüffend. Zumal, wenn man sich so unsere christliche Realität anschaut und unseren rigiden Umgang mit Sexualität, das erste, was wir von Gott widerspiegeln, ist unsere Geschlechtlichkeit. Männer und Frauen spiegeln gleichberechtigt unterschiedliche Aspekte Gottes wider. Und überall da, wo wir Frauen den Zutritt zu bestimmten Ämtern und Ebenen im Leib Christi verwehren, da verdunkeln wir Männer das Ebenbild Gottes in der Welt. Und die Menschen können nur halb so viel von Gott erkennen. Zu Gottes Idee von Sexualität gehört es, dass Jungen und Mädchen schon von ihrem Geschlecht her darauf spezialisiert sind, unterschiedliche Aspekte von Gottes Wesen in dieser Welt wiederzuspiegeln. Und da Gott durch und durch gut ist und es keine besseren oder schlechteren Anteile Gottes gibt, ist klar, dass jede Abwertung eines Geschlechts meilenweit von Gottes Idee von Sexualität entfernt ist. Der andere Gedanke, der hier in 1. Mose 1, Vers 27 drinsteckt, ist, dass Geschlechtlichkeit auch ein wesentlicher Bestandteil Gottes selber ist. Denn es ist das Erste, was erwähnt wird, was Menschen von Gott widerspiegeln. Gott ist nicht geschlechtslos. Gott ist männlich und weiblich. Vielleicht ist er noch mehr, aber er ist auf alle Fälle das. Deswegen offenbart er sich uns ja auch in unterschiedlichen Personen, die etwas mit Geschlechtlichkeit zu tun haben. Gott, der Vater, der die Welt geschaffen hat und sie seitdem erhält für Gerechte und Ungerechte, hat auf alle Fälle etwas Männliches. Gott, der Sohn, Jesus Christus, ist auch männlich. Da wollen wir auch nicht drüber reden. Bleibt noch eben der Heilige Geist übrig, der am Anfang über den Wassern und dem ganzen To-Wa-Bo-Schützen schwebt oder brütet, wie das Wort eigentlich heißt, der später als unser allmächtiger Versorger beschrieben wird, als der El-Shaddai, was genau übersetzt heißt, Gott, der Vielbrüstige. Und weil er viele Brüste hat, kann er uns auch komplett versorgen, weil er so viel zu geben hat. Das heißt, El-Shaddai. Und von Jesus Christus wird erzählt, dass er, wo er mit Nikodemus in den Gespräch ist und da sagt er zu ihm, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Er sagt, Nikodemus, wie soll das gehen? Soll ich vielleicht den Laden meiner Mutter zurückkriechen? Ich dachte, nein, du musst durch den Geist neu geboren werden. Und da die beiden Aramäisch gesprochen haben, hört Nikodemus, du musst durch die Geistin neu geboren werden. Und da macht das Bild ja auch Sinn, wenn man das so versteht, dass Nikodemus das so gehört hat und Jesus das so gesagt hat. Er würde schon eine Sonne männlich malen oder einen Mond weiblich. Die Sprache, die wir sprechen, beeinflusst die Vorstellung davon, von etwas, die wir von dem Ding haben. Und so müssen wir uns das auch vorstellen. Jesus hat immer, wenn er von dem Beistand, vom Tröster, vom Geist geredet hat, hat er weiblich gesprochen. Als es ins Griechische übersetzt wurde, wurde es zunächst mal nicht männlich, sondern sächlich. Topneuma ist einfach ein sächlicher Begriff. Da geht es um die Kraft Gottes. Da wurde lange erstmal darüber diskutiert und die Frage gestellt, kann man die Kraft Gottes überhaupt anbieten? Ist der überhaupt ein Bestandteil der Dreieinigkeit? Ist der überhaupt eine Person? Und als sie dann gesagt haben, ja eine Person, ist er schon, dann haben sie gesagt, aber dann eine männliche Person. Da haben wir jetzt einfach drei Männer. Und immer wenn ich darüber predige in Gemeinden, dann passiert immer ganz lustig, nach der Predigt kommen die Männer zu mir und sagen, ach, ist doch egal, männlich, weiblich, was soll's. Das können wir leicht sagen, wenn es also unsere Geschlechtsgenossen sind und die Frauen kommen und sagen, puh, endlich begreife ich mal, dass ich nicht auf Umwegen in Gott vorkomme, sondern dass ich einen direkten Ansprechpartner habe. Auch ein Vorbild, wie ich in der Welt als Frau sein soll. Nämlich so wie die Heilige Ruhe. Ja, also wenn Männer und Frauen gleichberechtigte Anteile des Wesens Gottes widerspiegeln, dann finden wir diese Spannung der Geschlechtlichkeit tatsächlich eben auch in Gott selber wieder. Und diese Spannung der Geschlechtlichkeit, die Energie der Geschlechtlichkeit ist es auch, wie Adam und Eva übrigens nach ihrer ersten Entfernung von Gottes Bedienungsanleitung entdecken. Sie erkennen, dass sie nackt sind und sie begreifen, da ist ein Unterschied. Das versuchen sie dann auch gleich zu verdecken, weil sie damit noch nicht umgehen können mit diesem Unterschied. Und so machen wir das ja natürlich immer irgendwie, wenn man mit den geschlechtlichen Energien nicht umgehen kann, dann ebnet man sie irgendwie ein, sperrt sie weg, legt sie unter den Tisch ab. Bei Sexualität geht es um Ganzheit. Es geht um die Sehnsucht nach Verschmelzung und das Einsein mit einem Anderen. Und das menschliche Leben hat von Gott die Struktur erhalten, dass es sich auf der ganzen Linie als wirkliches menschliches Leben nur in der Differenzierung und der Polarität der Geschlechter entfalten kann. Der Mensch existiert als Geschöpf Gottes immer, entweder als Mann oder als Frau. Und wenn das in 1. Mose 2, Vers 18 so ausgedrückt wird, dass Mann und Frau füreinander Hilfen sind, die einander genau entsprechen, dann geht diese Beschreibung Gottes von Sexualität doch weit über den Geschlechtsverkehr hinaus. Und meint, dass Männer und Frauen aufeinander eingestellt sind, dass sie dazu berufen sind, sich gegenseitig zu helfen und beizustehen. Sexualität ist der stärkste Trieb des Menschen. Es ist eine Antriebskraft, durchaus vergleichbar mit Atomkraft oder anderen Kräften, anderen energetischen Potenzialen. Und genau wie man andere Energien auch nur unter kontrollierten Bedingungen freisetzt, fordert die Bibel auch für den genitalen Sex, also für den Bereich von Sexualität, der dann entsteht, wenn Mann und Frau miteinander schlafen, fordert die Bibel dafür einen geschützten Rahmen. Holid 8, Vers 4 und 6 Was wollt ihr wecken? Was aufstören die Liebe, bevor es ihr selber gefällt? Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuerbluten, eine Flamme Jahres. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen und Ströme schwemmen sie nicht fort. Um diesen geschützten Rahmen abzustecken, darum geht es letztendlich auch in allen christlichen Verboten, die man zum Thema Sex finden kann. Wir müssen ja nun auch der Tatsache ins Auge sehen, dass es keine Form einer Schöpfungsentfaltung gibt, bei der der Sündenfall nicht mit im Spiel wäre. Wir brauchen also Regeln, ob es uns gefällt oder nicht. Und trotzdem dürfen wir bei all diesen Regeln nicht die Angst zum Ratgeber avancieren lassen. Denn Angstgebote werden zwangsläufig immer zu einem erdrückenden Gesetz und ein erdrückendes Gesetz reizt immer erst recht zur Sünde. Furcht ist aber nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, heißt es in 1. Johannes 4 Vers 18, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Die Wahrheit ist, dass wir im Bereich Sex mehr Vision und weniger Prävention brauchen. Sexualität ist eine Lebensenergie von Gott und die hält man nicht mit Verboten im Zaun, sondern mit einer lebendigen Perspektive, mit einer Vision, mit einer Idee. Und bei Gottes Idee von Sexualität geht es um verschiedene Dinge. Zunächst einmal geht es bei seiner Idee von Sexualität um Bindungsfähigkeit. Also die Fähigkeit, mit anderen Menschen länger dauernde emotionale Wechselbeziehungen zu leben. Das klingt jedenfalls auch zu Anfang der Bibel in 1. Mose 2 Vers 24 an. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch werden. Sexualität trägt mit dazu bei, dass zwischen zwei Menschen eine einzigartige Bindung entsteht. Die sexuelle Energie enthält etwas, das weit über das Körperliche und auch über das Gefühlsmäßige, das Psychische hinausgeht. Sie berührt den Geist eines Menschen ganz tief und führt zu einer umfassenden Einheit. Der Geschlechtsverkehr ist ein lebenverbindender Akt und nicht nur eine lustvolle Turnübung. Am sexuellen Akt sind auch nicht nur die Geschlechtsorgane beteiligt, auch wenn das den Männern dann und man vorgeworfen wird. Miteinander zu schlafen ist eine Handlung der ganzen Person, die die ganze Person betrifft. Sexualität ist eine persönliche Begegnung zwischen Mann und Frau, in der jeder auf den anderen wirbt, zum Guten oder zum Bösen in unauslöschlicher Weise. Das erste Mal wird immer eine besondere Stellung in unserer Prägung und Erinnerung haben, aber auch die anderen Male bleiben. Manchmal kann man sich vielleicht nicht bewusst an diese Dinge erinnern, aber die prägenden Spuren sind im Unterbewusstsein verankert. Sehr krass wird das deutlich bei Menschen, die eine Vergewaltigung erlebt haben. Solch eine bösartige Gewalt zerstört das Vertrauen für lange Zeit. Und auch wenn der Gedanke fast obszön erscheint, auch der Vergewaltiger wird in seiner Seele schrecklich falsch geprägt. Die Hoffnung auf Wiederherstellung scheint hier minimal. Es sei denn, Gott heilt das verprägte Vertrauen und stellt in einem Menschen etwas Neues, etwas Unberührtes wieder her. Dann geht es bei Gottes Idee von Sexualität auch um Spaß. Es geht um Freude, geht um Lust. Gott hat viele Dinge in der Schöpfung für den Menschen mit lustvoller Befriedigung verbunden. Im Moment der Freude fühlt man sich zumindest eine begrenzte Zeit lang wohl. Es sind vor allen Augen alle seelischen Bedürfnisse erfüllt. Das ist dann wahrscheinlich eine unbewusste Erinnerung an unseren paradiesischen Ursprung. Daher, dass wir aus einem Zustand kommen, in dem es keinen Schmerz, kein Leid und kein Geschrei gab. Edmund Schlink, ein großartiger Theologe, der zusammen mit einem katholischen und einem griechisch orthodoxen Theologen eine Dogmatik geschrieben hat, in der die dreimal zusammengetragen haben, was alle Christen auf der ganzen Welt gemeinsam glauben. Dieser Edmund Schlink, übrigens der Bruder von Asilea Schlink, von den Marienschwestern, der sagt, die ganze Schöpfung hat nach Überzeugung der Christen zwei grundlegende Bestimmungen. Das erste Ziel der Schöpfung ist die Ehre Gottes. Und das zweite Ziel der Schöpfung ist, dass die Geschöpfe glücklich werden. Alles andere ordnet sich diesen beiden Zielen unter oder ist zweitrangig. Es hätte doch auch gelangt, wenn Gott uns bei der Schöpfung räumliches Sehen in Schwarz-Weiß eingebaut hätte. Aber nein, er gab uns die Fähigkeit, Farben zu sehen und uns an den Farben zu erfreuen. Auch die Nahrungsaufnahme hätte rein zweckmäßig gestaltet werden können, aber Gott gab uns die Möglichkeit, uns mit Riechen und Schmecken an der Zufuhr von für den Betrieb des Körpers notwendiger Energie zu erfreuen. Und selbst das Ausscheiden von unerwünschten und unbrauchbar gewordenen Substanzen aus dem Körper würde in Gottes großer Gnade lustvoll als einen Akt der Befreiung genießen. Gott hat das Leben also nicht nur funktional eingerichtet und die Sexualität macht da keine Ausnahmen. Freude ist ein eigenständiger Bestandteil von Sexualität, den man auch eigenständig genießen darf. Paulus hat diesen Sachverhalt einmal einem Jugendlichen extra in einem seiner Briefe erklärt. Er schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 17 setzt eure Hoffnung auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und kurz davor in Kapitel 4 erklärt Timotheus dass alles was Gott geschaffen hat gut ist und nichts verwerflich wenn es mit Danksagung genommen wird. Nun kann man den Spaßaspekt bei der Sexualität nicht vollständig von den anderen Bestandteilen der Sexualität abkoppeln wie das in unserer Gesellschaft zurzeit weithin ausprobiert wird die scheinbar sorglose Machbarkeit von sexuellem Spaß ohne Reue täuscht es geht immer um das ganze Paket alles hängt irgendwie miteinander zusammen kein Bestandteil von Sexualität kann alleine für sich wirklich vollständig erfüllen es gibt noch andere Bestandteile von Sexualität es geht bei Gottes Idee von Sexualität auch um die Möglichkeit mit dieser Lebensenergie die aus der Spannung zwischen den getrennten Geschlechtern entsteht schöpferisch tätig zu werden vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen vorhin wie Nonnen und Mönche das eigentlich hinbekommen auf partnerschaftliche Sexualität zu verzichten erleben Menschen die nicht mit jemand anderem schlafen keine Sexualität wohl kaum wenn sie doch von Gott in unsere Gene eingebaut worden ist die Sexualität dann ist die Frage worin besteht sie oder worin zeigt sich Sexualität in einer solchen Lebenssituation Sex bringt kulturelle Leistungen hervor viele Kunstwerke entstehen aus der in Künstler aufgebauten sexuellen Spannung dieses Energiepotenzial entsteht durch das Umwandeln von sexueller Betätigung was man Sublimierung nennt Sublimierung ist die Umwandlung sexueller Energie in eine geistige Leistung Enthaltsamkeit ist also keine unnatürliche Lebensweise und sie hat vor allem nichts mit Sex zu tun ich habe mal ein Interview mit Lenny Kravitz gelesen da sagt man sagt ja Lenny Kravitz sei einer der größten Rockmusiker und eine Ikone unserer Zeit und in diesem Interview sagt er er verzichtet schon seit drei Jahren auf Sexualität weil er auf die Richtige wartet und in der Zwischenzeit bekommt er durch seine aufgestaute Sexualität ja nur keine Pickel wie man das so manchmal sagt sondern er schafft wunderbare Musik Mönche Nonnen Singles wie Lenny Kravitz und auch Jugendliche leben also ihre Sexualität nur eben auf eine andere Art und Weise eine gute Verbindung von geistlichem Leben und sexueller Spannung könnte unserem geistlichen Leben zum Beispiel eine neue Kraft und Leidenschaftlichkeit schenken bei Mystikern des Mittelalters kann man das so gut sehen dass die Kraft der sexuellen Leidenschaft die Liebe zu Gott besehlen und prägen kann wenn es gelingt Sex weder auszuagieren noch zu unterdrücken das müsst ihr einfach mal lesen ja wie die wie die Gott wie die Liebeslieder an Gott schreiben ja und wie wunderbar und herrlich sie uns Gott vor Augen machen Bernhard von Clairvaux zum Beispiel wenn er seine Liebesgedichte an Jesus schreibt hammermäßig wenn man dann auch bedenkt dass er leider seine Gabe auch dazu benutzt hat die Kreuzzüge anzupacken sieht man Licht und Schatten nicht immer so dicht beieinander bei vielen von uns der Verzicht auf die sexuelle Vereinigung mit einem Partner kann also die sexuelle Energie umwandeln so dass sie zum größten Ansporn wird sich ganz und gar mit Leib und Seele Gott hinzugeben und sich in Gott hineinfallen zu lassen um eins zu werden mit Gott mit allen Menschen ja mit der ganzen Schöpfung die Aufgabe bestünde darin sich regenden Sex immer wieder als Ansporn zu nehmen sich nach dem Gott auszustrecken der die Sehnsucht die sich im Sex ausdrückt erst in ihrer ganzen Tiefe zu erfüllen vermag und dann ist es natürlich offensichtlich dass es auch Gottes Idee war mittels der sexuellen Vereinigung neues Leben entstehen zu lassen nachdem aber die Kirche in der Vergangenheit diesen Aspekt zum einzig möglichen hochstilisiert hat ist die Gegenbewegung unserer Tage durchaus verständlich seid fruchtbar und mehret euch ist aber immer noch der erste Auftrag Gottes an uns Menschen in 1. Mose 1. Vers 28 einige halten hier Petting oder Analverkehr für eine Lösung sich diesem Auftrag zu entziehen und sich da herumzulavieren aber selbst da kann ein vorwitziges Spermium seinen Weg machen grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit dass man vom Sex schwanger wird Sexualität verfolgt nicht nur das Ziel Bindungen aufzubauen Spaß für eine gewisse Zeit zu haben und gewaltige Kunstwerke zu schaffen sondern schrebt letztendlich auch die Weitergabe unserer Gene an und damit die Entwicklung unserer Gesellschaft bei Gottes Idee von Sexualität geht es auch um unsere Zukunft jeder Sexualkontakt zieht letztendlich darauf ab das wird jetzt gleich bestätigt denn man muss dem Jugendlichen sagen keine Verhütungsmethode ist 100% sicher selbst wenn Mann und Frau sie korrekt anwenden ja aber mir stimmt auch die Pille auch die Pille ist nur 98% sicher ach das reicht mir ja und wenn du die zwei triffst der goldene Schuss Pech gab willst du damit leben man muss immer mit der Möglichkeit der Forzpflanzung rechnen und sich fragen ob man dafür schon reif genug ist wenn man miteinander schläft muss man sich darüber klar sein dass ein Kind entstehen kann und sich mit der Frage auseinandersetzen ob man dafür die Verantwortung tragen kann und darüber muss man auch mit den Jugendlichen immer wieder sprechen und ihnen das ins Bewusstsein loben so ist das Leben und da kann man nicht einfach sagen ja ne aber das will ich nicht das ist ja blöd das ist die falsche Antwort das Leben ist so wie das Leben ist und es kann immer ein Kind entstehen wenn du mit jemand anderem schläfst so das ist so eine Vision das sind so ein paar Aspekte von Gottes Idee von Sexualität und alles was dieser Vision Gottes widerspricht das ist Pornäger das ist Pornografie das ist Unzucht dabei will ich euch aber sagen Pornografie zeigt niemals zu viel Pornografie zeigt immer zu wenig dann werden wir mal angst oh wenn die das sehen ja da sehen die ja viel zu viel da sehen die Dinge die sie gar nicht sehen dürfen Pornografie zeigt nie zu viel sie zeigt immer zu wenig weil sie keine Ahnung hat von der Vision Gottes von Sexualität Pornografie kann immer nur das alte rein Rausspiel zeigen und das war's Pornografie kann Turnübungen zeigen aber kann niemals Sexualität zeigen weil sie keine Ahnung von dieser großartigen Vision Gottes hat und meines Erachtens beeinflussen Pornofilme die Menschen viel weniger als jede Vorabendseifenoper Sendung jeder Krimi und jede Liebesschnolze denn diese scheinbar so harmlosen Fernsehsendungen prägen unterschwellig ohne dass wir das mitbekommen ein Bild von Beziehungen und Beziehungsaufnahme so dass wir es kaum mitbekommen und dann eben auch so schwer wieder loswerden wir müssen einfach mal die Krimis und die Filme angucken die schon um 16 17 Uhr laufen in der öffentlichen Meinung ist Sex durch diese mediale Prägung inzwischen einfach ein Kommunikationsmittel das mit anderen kommunikativen Körperberührungen fast auf einer Stufe steht Film und Fernsehen haben über Jahre hinweg unser Unterbewusstsein dahingehend geprägt Sex bedeutet Zuneigung zeigen das Schema ist ganz einfach zwei Menschen begegnen sich verlieben sich meistens auf den ersten Blick sie küssen sich und schon in der nächsten Szene liegen sie miteinander im Bett so schnell geht das alles was dazwischen kommt wird nicht gezeigt in all diesen Seifenopern und während wir damit aufwachsen verankert sich in uns die Schlussfolgerung wenn ich den anderen mag und das echt und aufrichtig zeigen will na dann schlafe ich mit ihm so wie es im Fernsehen gezeigt wird und das hat mit anderen Faktoren zusammen dazu geführt dass sich das Alter in dem Jugendliche ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen in den letzten zwei bis drei Generationen deutlich weiter nach vorne geschoben hat beziehungsweise im Alter weiter runter der erste Geschlechtsverkehr findet im weltweiten Durchschnitt bereits mit 16 Jahren statt da er überwiegend als Vergnügen als Entspannung und Lustbefriedigung besucht wird natürlich haben wir mit Jugendlichen auch Problemvierteln auch schon einen sehr viel tieferen Durchschnitt und da haben wir auch schon 13 und 11 wo diese ersten Erfahrungen gemacht werden so und also müssen wir ein Gegenpol widersetzen und müssen von Gottes Idee sprechen wir müssen den Kids seine Vision vor Augen malen und sagen worum geht es was ist das Ziel des Spiels worum geht es so und insofern wie jetzt einfach immer nur der Spaß und die Lust und das Gesuchte und der Rest gar nicht mehr im Blickfeld ist insofern liegt hier sagt der Theologe Helmut Thielek in seinem Buch Ethik der Geschlechtlichkeit die Leugnung eines wesentlichen Sinnes der Geschlechtlichkeit vor nämlich der auf Dauer angelegten und deshalb unlöslichen daraus erwachsenen Personengemeinschaft und der Bereitschaft zum Elternamt so jetzt also nochmal theologisch gesehen so was will Gott also mit Sexualität Gott will dass durch die Spannung und Anziehungskraft zwischen dem Getrennten eine schöpferische Energie entsteht mit der alle möglichen Sachen geschaffen werden ich wiederhole meine Grundthese man kann sich nur für etwas schützen das man kennt ansonsten trifft es einen immer vorbereitet also müssen wir mit den Jugendlichen darüber ins Gespräch kommen und es gibt da eine ganz tolle ihr habt es ja die ganze Zeit schon gesehen ja zwölf Elemente der Beziehungsgestaltung als Voraussetzung partnerschaftlicher Sexualität das ist ein Modell eines amerikanischen Sexualforschers Patrick Kahn C-A-R-N-E-S Patrick Kahn der macht soweit ich weiß kein Christ ist der aber vor allem über Internetsexualität geschrieben hat und er sagt Sexualität ist in zwölf Aspekten aufzuteilen das alles gehört zur Sexualität dazu und es nutzt nichts wenn man immer nur so kleine Dinge anfängt und der erste Punkt der erste Punkt ist das bemerken Notiz nehmen von dem anderen wahrzunehmen es gibt das andere Geschlecht auf meiner Freizeit in meiner Jugendgruppe in meiner Gemeinde das bemerken ist die Fähigkeit attraktive Merkmale in anderen wahrzunehmen und zu beobachten solche Übungen der Achtsamkeit tun Jugendlichen gut und können auch zur Fürbitte führen außerdem wird auch die Fähigkeit der Jugendlichen trainiert Merkmale bei Personen des anderen Geschlechts herauszufinden die auch wenn sie begehrenswert sind nicht gut zu einem passen würden da bemerkt man dann plötzlich auch Mensch Anno sieht aber echt toll aus aber wenn er immer so laut rumrülpst das gefällt mir eigentlich nicht also dass man aber wahrnimmt es gibt einen anderen der macht bestimmte dinge ja dann kommt der zweite der zweite punkt okay will er nicht wo denn hier unten können können jetzt hat bin ich das können jetzt per hand okay so also der zweite punkt ist haben jetzt geht's wieder cool dritter punkt flirten also spielerisch sich da mal rein zu winden flirten ist die fähigkeit spielerisch romantische oder sexuelle annäherungsversuche einer anderen person eben über zu machen erfolgreiches flirten benutzt verspieltheit verfügungskunst und gesellige stichworte um signale von interesse und anziehungskraft an die erwünschte person zu senden ein flirt training in der jugendgruppe kann christliche jugendliche davor bewahren auf den erstbesten nicht christlichen flirter hereinzufallen und infolge vom glauben abgezogen zu werden wir merken immer wieder der erste kontakt zu irgendeinem pfefferminzprinz aus der örtlichen disco führt oft dafür dazu dass jemand aus der jugendgruppe einfach zack rausgerissen wird warum weil sie damit nicht umgehen können weil sie völlig unvorbereitet darauf sind dass der typ ihnen alles vom himmel her verspricht und denken wow das ist jetzt die wahre liebe was dem ihr alles verspricht aber gar nicht verstehen dass das nur ein flirt ist und fallen darauf rein und dann fühlen sich hingezogen und kriegen vielleicht noch die Idee oh vielleicht muss ich den jetzt dann doch irgendwie zu Gott bringen ja also bleibe ich bei dem und nicht mehr in der Jugendgruppe und all diese Dinge wären sie vorbereitet indem wir Flirttraining in der Jugendgruppe machen dann wären sie geschützt dann viertens jetzt schon wieder weg da ist doch der Laptop also Demonstration ich zeige wer ich bin ich zeige was ich habe in der Demonstration produziert man sich vor dem anderen Geschlecht und zeigt seine Tüchtigkeit also was man so alles drauf hat in Bezug auf Sexualität ist es das klassische ich zeige dir meins wenn du mir deins zeigst Szenario Demonstrationen beinhaltet die Fähigkeit ein Verhalten zu demonstrieren wie zum Beispiel athletische Möglichkeiten oder Varianten sich zu kleiden um eine andere Person einzuziehen das im Schutz der Jugendgruppe eingeübt könnte helfen so manchen langjährigen Single zu verhindern wenn man schon mal in der Jugendgruppe eingeübt hat wie man sich so anderen mal zeigt wie man so mal seine besonderen Merkmale auch hervorbringt dann schließlich fünfter Punkt Romanze Atmosphäre die Romanze schließlich ist die Fähigkeit Leidenschaft zu erfahren auszudrücken und zu empfangen Romanze setzt die Fähigkeit voraus sich der Gefühle von Anziehungskraft bewusst zu sein von Verbundbarkeit und Risiko in der romantischen Phase ist die Fähigkeit die Realität unserer Gefühle zu testen beinhaltet sind die Menschen die wir als romantische Partner auswählen eine durchweg geeignete oder ungeeignete Wahl ist das was wir in oder an der anderen Person wahrnehmen zutreffend oder ist es stattdessen nur eine Projektion von dem was wir wahr sein lassen wollen so diese ersten fünf Aspekte von Sexualität die kann man in der Jugendgruppe einüben ohne irgendwie zu sündigen da kann man sich mal auf Gottes Idee von Sexualität hinarbeiten und erst jetzt mit dem sechsten Punkt wird es etwas schwieriger Individualisierung jetzt stellt sich die Frage wer bin ich wer bist du jetzt treffe ich mich öfters mit der Person das kann man nicht mehr mit vielen auf einmal machen das kann man auch nicht einfach spielerisch einüben jetzt kommt es schon mal zu ersten Beziehungen dann Punkt 7 Intimität das heißt ich treffe mich mit einem anderen und ich vertraue ihm ein Geheimnis an etwas was andere nicht von mir wissen um zu sehen wie vertrauensvoll der andere mit dieser Information auch umgeht jetzt fährt die Beziehung also schon in ein ganz besonderes Fahrwasser nämlich in eine Einzigartigkeit und dann kommt es schließlich Punkt 8 zu ersten Berührungen man wird berührt ja erste Küsschen werden ausgetauscht ja man tut man so die Männer machen es ja immer so so und schon liegt der Arm um die Schulter ja Klassiker kennen alle Männer und die Jungen die wissen jetzt wie es geht ich höre ja so viele Liebesgeschichten wie das alles gekommen ist von den Hautpaaren das ist echt das höre ich so das sind also die nächsten drei Punkte die nächsten drei Aspekte von Sexualität die kann man nicht mit jedem machen das kann man auch nicht einüben sondern dir geht es schon auf eine Beziehung zu und dann sagt Patrick Kahn es kommen also Punkt 9 und 10 die kannst du gleich mal in einem das wollte der Beamer nicht mehr zeigen also Punkte 9 und 10 sind Vorspiel und Geschlechtsverkehr das heißt Vorspiel und Geschlechtsverkehr sind in der Sexualität in der gesamten Evolution Ideen von Sexualität nach Patrick Kahn nur zwei kleine Punkte die ziemlich am Schluss kommen und dann das Interessante ist Patrick Kahn sagt nachdem zwei miteinander geschlafen haben ist immer die große Frage trägt das was wir gerade miteinander gemacht haben trägt das auch eine Beziehung wir haben jetzt miteinander geschlafen das hat sich gut angefühlt aber trägt das eine Beziehung und deswegen nennt er den elften Punkt verbindliche Hingabe Bindung Treue Verpflichtung an diesem Punkt kriege ich immer in christlichen Jugendrums und sagen ja wie Moment mal der muss doch davor kommen hier geht es darum dass Patrick Kahn Sexualität anschaut und bemerkt dass nachdem zwei miteinander geschlafen haben auch wenn sie verheiratet sind immer wieder die Frage aufkommt was war das jetzt trägt es unsere Beziehung können wir hier von einer Bindung von einer Treue ausgehen und dann schließlich der Punkt 12 einer der wichtigsten Punkte da schaltet der Beamer wieder weg Erneuerung Patrick Kahn sagt die meisten Ehen scheitern daran dass sie den Punkt 12 nicht verstehen sie heiraten und sie sagen prima jetzt hab ich da an einem Sack der muss ja jetzt ich muss sich nicht mehr um mich kümmern und daran stirbt alles der Punkt Erneuerung ist einer der wichtigsten Punkte in der ganzen Sexualität dass du immer wieder vorne anfängst und Notiz nimmst von deinem Partner und selbst wenn er abends nach Hause kommt und du weißt er kommt nach Hause und er wirft seine Jacke dahin und er schmeißt die Tasche dahin und er kommt und er wirft seine Jacke dahin und er schmeißt seine Tasche dahin und er denkt wie jeden Abend versuche zu entdecken ob er an diesem Teil die Tasche 5 cm weiter hin schmeißt versuche Neues zu entdecken in deinem Partner das ist das was ich in den Paargesprächen immer wieder sage versuche Neues aneinander zu entdecken und dann geht es davon aus und versuche den anderen wieder zu erobern verheiratet sein heißt nicht du hast den anderen sicher das zeigen uns mindestens mal die Scheibungsstatistiken sondern wir müssen immer wieder loslegen auf den anderen zugehen so kann man glaube ich mit Jugendlichen mit Jugendgruppen immer wieder ins Gespräch über Sexualität kommen wenn man es mal so aufbröselt und wenn man immer wieder von der herrlichen Vision Gottes von Sexualität spricht das war auch noch ein schönes Bild das kannst du ja mal stehen lassen das ist ja schön ja das war's was ich euch zur Sexualität sagen wollte und jetzt natürlich wie immer und jetzt Runde frei Ring frei für Fragen wie wer die Flirt Tränen ach Flirt Tränen ja man einfach mal mit den Jugendlichen sagt so was könntest du dem anderen jetzt so sagen also wir probieren dann einfach jeder besucht sich einen anderen raus und erst geht es ja mal los mit Notizen eben erstmal den anderen beobachten und gucken was hat er so auf was gefällt mir eigentlich am Leben und so und wenn man das sich dann aufschreibt dass man dann einfach mal sagt so wie würdest wie könntest du das denn ausdrücken er hat so eine schöne Nase okay wie könntest du das denn sagen du hast deine Nase steht so schön weit vor das gefällt mir gut ja ist vielleicht ein bisschen nicht so doll ja dass man einfach auch darüber spricht ja und dass man auch im Blick nimmt und sagt so was hat dir denn einer schon mal gesagt oh ja da ist mir ein Junge gelegen hat gesagt Mensch ich sah die Frau seiner Träume also das hat er dir gesagt dann würde ich ja nochmal weiter in seine Träume einsteigen also wir reden einfach darüber ja und es gibt jetzt kein Modell wo ich sage so einfach gleich das mache ich mit denen sondern ich versuche mit denen spielerisch zu erfahren zu entdecken wie das funktionieren könnte was man alles sagen kann es gibt oft genug gibt es Erwachsene ja der Vokabular im Flirten ganz ganz eng begrenzt ist die ganz wenig zur Verfügung haben um es ihrem Partner zu sagen und da eben der Kreativität freien Lauf zu lassen das ist so das Ziel ja gut mehr ja okay jetzt da müssen wir einen Durchzug weg machen ja meine Bücher sind schwere schwere sein ja ich habe jetzt mal auf dem Spielplatz so ein bisschen mitgekriegt wie ein Junge zu einem anderen irgendwas gesagt hat von dem der Bruder mit der Schwester im Prinzip Geschlechtsverkehr haben oder irgendwie sowas aber in der vulgärsprache von den also beleidigen also das war jetzt nicht sozusagen das ist wirklich einfach eine fremdige Sprache wie ich jetzt und da habe ich mich gefragt wenn ich ein Training braucht um einmal auch die Sprache zu reinigen und mal die Dinge in einer positiven Art und Weise benennen zu können das ist auch eine Sache wo dass man ein schönes Bild von Sexualität malen kann und dass es sich auch lohnt um das zu arbeiten ja denke ich auch obwohl ich wenn die erstmal so sind würde ich sie erstmal in den Eiern packen und sie erstmal schockieren weil sie manchmal gar nicht wissen was sie da sagen dann sagen die immer fuck fuck you im Trend sag ich ach Geschlechtsverkehr ach so was wie Geschlechtsverkehr sag ich ja hast du gerade gesagt Geschlechtsverkehr fuck das Englisch heißt Geschlechtsverkehr nein das wollen sie ich habe das heißt das Wort aber wenn es benutzt ist es so eine Lehrerin bei uns an der Schule hat ein Kind mal richtig krass rangekriegt der hat mitgekriegt wie der ich fick deine Mutter ja und dann hat sie ihnen gesagt so dann kommt man nach vorne hat sie vor die Klasse gestellt und hat gesagt so du möchtest also gerne die Mutter dieses Jungen ficken gut wie würdest das denn machen also du stehst jetzt vor ihr lässt du erst die Hose runter oder was machst du so sie hat ihn fünf Minuten nicht rausgelassen aus dieser Nummer der hat geheult nachher aber der macht sowas nie wieder alles durch Schmerzlernen das ist ja auch schon Grenzlernen genau Chuck Norris aber manchmal ist es wichtig die so zu schockieren weil sie sonst überhaupt nicht verstehen was du meinst es ist für sie absolut jeder Alltag absolut die ganzen Spaß und was weiß ich die wissen überhaupt nicht was es bedeuten diese Worte also muss man sie auch mal schockieren und rankriegen und sagen was sagst du denn da eigentlich der kennt deine Mutter doch gar nicht ist deine Mutter nur Hure nein natürlich nicht sag ich auch ist sie jetzt eine Hure wo der jetzt gesagt hat nein was glaubst du Herr Wiese also was denn jetzt ich will ihm einfach nur einen reinhauen also es ist eigentlich nur ein Eröffnungsspiel um mal so ein bisschen Stress zu haben aber was sie damit eigentlich ausdrücken das ist ihnen überhaupt nicht klar sondern sie sagen das einfach nur weil sie genau wissen wenn ich Hure zuhren und sage ja krieg ich jeden dran dann rastet der sofort aus und kriegt der gleich eine Strafe und da denke ich auch bevor wir die schöne Sprache einführen müssen wir erstmal die alte zerbrechen und ihnen klar machen was ist da los und dann sagen wir so jetzt will ich euch mal sagen worum es eigentlich geht um viel schönere Dinge das wäre so meine Idee ihr braucht jetzt einfach mal ein bisschen Luft oder ja also wie gesagt ich bin ja immer da ihr könnt mich jeder sein Ansprechen ja und alles fragen und ich übergebe an die Chefin nicht so schön was hat der Lied das gesagt ja ich mach schätze nicht so auf ähm ja